Hier haben wir den Spider Monkey Köcher mit Clip. Das ist ein Trinkflaschenhalter für den Spider Holster Belt und den Black Widow Belt. Man kann das Ganze aber auch ganz normal am Hosengürtel befestigen. Das Ganze ist hier das modulare System von Spider. Das bedeutet, wir haben hier so einen Clip und können zum Beispiel dieses Flaschenmodul einfach rausnehmen. Das Modul selber, der Trinkflaschenhalter, besteht hier aus Neopren und dann kann man die Flasche halt eben reinstecken. Ist auch sehr stramm, das heißt, da muss man auch keine Angst haben. Man hat eben zum Beispiel auch läuft mit der Kamera auf der einen Seite und mit dem Trinkflaschenhalter auf der anderen Seite, dass da irgendwas rausflutscht. Wenn die Flasche noch ein bisschen kleiner ist, dann kann man hier oben auch jetzt hier den Kordelzug einfach dann zumachen. Man kann hier auch halt eben andere Sachen drin transportieren. Muss noch nicht mal oben in die Trinkflasche sein, dann kann man auch ein bisschen Fotosubührein machen. Aber bitte etwas, was man vielleicht dann nicht unbedingt dann, wenn es verliert, einen großen Verlust darstellt. Also mal kurzer Hinweis, das ist kein Objektivköcher. Also das würde ich jetzt damit nicht machen. Dieses System hat natürlich auch den Vorteil dieser Clip, dass man zum Beispiel halt eben hier auch den von Spider Monkey, dass man hier auch dieses Regenschutzmodul dran machen kann. Das ist eine Regenschutzhülle. Die habe ich noch in einem anderen Video erklärt. Die könnte man einfach dann jetzt zum Beispiel wahrerweise einfach hier einklicken. Das ganze System in sich ist halt eben rund und die Komponenten sind halt eben untereinander dann auch kompatibel. So, hier geht es aber um den Trinkflaschenhalter, den ich jetzt hier kurz vorgestellt habe. Dem Spider Monkey Köcher mit dem Clip für Trinkflaschen an Spider Holster Belt und dem Black Widow Belt oder eben am Hosengürtel. Hier im Shop, nicht der Hosengürtel, der Trinkflaschenhalter. Hier im Shop.